Auch das geht. Du kannst mittels Adapter einen USB-Stick an dein iPad anschließen und Dateien hin und her kopieren. Wie das geht und was du dafür brauchst, das demonstriere ich dir in diesem iPad-Snack. Um den USB-Stick zu verwenden, benötigst du die Dateien-App. Hier wird der Stick nach erfolgreicher Verbindung als Laufwerk angezeigt. Um den USB-Stick an das iPad anzuschließen, benötigst du einen passenden Adapter. Mein iPad hier verfügt über einen Lightning-Anschluss. Für neuere Modelle gibt es Adapter von USB-C auf USB. Ich benötige einen Adapter von Lightning auf USB. Um eine Verbindung herzustellen, stecke ich den USB-Stick einfach in den Adapter und verbinde das Ganze mit dem iPad. Der Stick wird nun als neuer Speicherort auf der linken Seite in der Dateien-App angezeigt. Ich kann den USB-Stick jetzt wie jeden anderen Speicherort verwenden und Dateien öffnen, sie umbenennen, verschieben, kopieren und so weiter. Wenn ich Dateien zwischen dem USB-Stick und dem iPad unkompliziert austauschen möchte, dann sollte ich in den Split View wechseln. Ich klicke oben drauf, wähle Split View und öffne die Dateien-App ein weiteres Mal. Nun kann ich den Speicherort links und rechts auswählen und Dateien ganz einfach per Track & Drop verschieben.